Was geht ab, mein Ring-Life-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, ein letztes Mal in diesem Jahr. 2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Und ich möchte diesen Moment ganz kurz nutzen, um euch ein paar Dinge zu sagen. Und dann hoffe ich, habt ihr einen richtig geilen Tag mit euren Freunden, mit eurer Familie. Und rutscht wundervoll in das neue Jahr. 2023 war ein absolut verrücktes Jahr für mich persönlich. Es gab extrem viele Höhepunkte, aber es gab natürlich auch diesen einen oder anderen Tiefpunkt. Das ist aber ganz normal, es gehört zum Leben dazu. Und damit muss man lernen, klarzukommen und seinen Kopf nicht hängen zu lassen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass egal was bei euch dieses Jahr passiert ist, egal welche Tiefpunkte ihr dieses Jahr erlebt habt, dass ihr Vollgas gebt, damit 2024 dann ein Jahr voller Höhen für euch wird. Ein absolutes Hoch dieses Jahr für mich war definitiv der Start unserer eigenen Ring-Life-Marke. Anfang des Jahres haben wir den ersten Drop rausgebracht. Und jetzt von Drop zu Drop sind wir so weit gewachsen, dass mittlerweile schon so gefühlt in jedem Gym in Deutschland trägt schon irgendjemand etwas von Ring-Life. Sei es Bandagen, ein T-Shirt, vielleicht Handschuhe, was auch immer. Und wenn es noch nicht angekommen ist bei euch im Gym, dann sorgen wir dafür, dass es nächstes Jahr definitiv auch bei euch im Gym ankommen wird. Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle definitiv geht natürlich an euch raus, an die Ring-Life-Gang, weil ohne euren Support wäre die Marke nicht jetzt schon so stark gewachsen und das wäre alles gar nicht so möglich gewesen. Und dann selbstverständlich noch ein fettes Dankeschön an mein gesamtes Team, das hinter den Kulissen daran arbeitet, diese Vision der Ring-Life-Marke groß zu machen. Und ich verspreche euch, dass wir hier etwas richtig Großartiges auf die Beine stellen werden, dass in Zukunft die absolut die Welt erobern wird. Und es gibt so eine kleine kitschige Fantasie-Vorstellung von mir, dass man in ein paar Jahren vielleicht dann seinen Kindern erzählen kann, von wegen, ey, damals gab es so einen Glatzkopf auf YouTube, der hat ein bisschen Kampfsport gefeiert. Durch den habe ich dann auch angefangen, Kampfsport zu feiern. Und dann haben wir irgendwie gemeinsam diese Marke weltweit populär gemacht. Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ist mir egal. Das ist so eine Vorstellung, die ich habe und an der ich arbeite. Und irgendwann wird es auch so kommen. Jedenfalls, es gab noch viele weitere großartige Momente 2023, aber darauf will ich mich jetzt gar nicht konzentrieren, sondern euch einen kleinen Ausblick darauf geben, was euch 2024 erwartet. Denn da möchte ich die Kampfsportszene in Deutschland absolut aufmischen und noch viel, viel verrücktere Sachen machen. An erster Stelle, das Ring-Life-Team wird aktuell erweitert. Demnächst wird es ein Hauptquartier geben, einen komplett neuen Sitz, ein komplett neues Studio, wo ich dann gemeinsam mit meinem Team drin sitzen werde. Und wir werden dafür sorgen, dass der Content auf YouTube noch viel qualitativer, noch viel umfangreicher, noch viel geiler wird. Wenn ihr denkt, dass die Videos, die wir bis jetzt gemacht haben, schon cool waren, dann will ich dafür sorgen, dass 2024 die Videos ein komplett neues Niveau erreichen. Mit neuer Qualität, mit neuen Materialien, mit neuer Ausstattung. Alles wird viel, viel verrückter, viel, viel größer werden. Und das Zweite. Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. So ist ja dieses Sprichwort. Ich werde jetzt schon sehr, sehr bald ein altes Projekt wieder zurückholen, wonach sehr, sehr viele von euch gefragt haben, weil ich denke einfach, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin in den letzten ein, zwei Jahren ordentlich gereift. Nicht nur jetzt so persönlich, sondern auch in meinen geschäftlichen Fähigkeiten, sage ich mal, und auch in meinen finanziellen Mitteln bin ich jetzt so weit, dass ich gewisse Dinge so in die Tat umsetzen kann, wie ich mir das vielleicht früher vorgestellt habe, es aber nicht machen konnte. Deswegen, demnächst erwartet euch ein altes Projekt auf eine komplett neue Art und Weise. Viel qualitativer, viel professioneller und viel, viel geiler, womit wir den Kampfsport in Deutschland einfach, ja, komplett auf die Karte bringen werden. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was es sein wird, weil ich möchte jetzt nicht klipp und klar sagen, was es ist. Aber ich denke, die meisten von euch, die jetzt ein bisschen verfolgt haben, was wir die letzten Jahre gemacht haben, die wissen schon, was Sache ist. Freunde, das war es jedenfalls von meiner Seite. Ja, ich möchte euch gar nicht weiter zu babbeln. Dann geht, genießt den Tag mit euren Freunden, mit eurer Familie. Passt bitte darauf auf, dass ihr euch nicht die Hände wegbillert. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Und ich freue mich drauf, ja. Auf ein geiles neues Jahr, 2024. Angriff.